in diesem video zeige ich dir alle gängigen ordertypen und orderarten im trading praxisnah in einer trading software mein name ist andré von trading.de und wir werden uns einmal anschauen welche ordertypen kann man im trading benutzen welche ordertypen gibt es überhaupt und ganz genau wie funktionieren diese es kommt auch nicht darauf an welche trading plattform ihr zum beispiel persönlich nutzt im prinzip ist es immer das gleiche kann sein dass die ordertypen oder arten eventuell ein bisschen anders genannt werden auf eurer trading plattform aber die funktionalität dahinter ist immer das gleiche ich werde euch heute die längsten begriffe nennen und ja ich habe hier gold ausgewählt als chart als beispiel chart wir sehen hier links direkt auch gleich zwei knöpfe ich kann hier kaufen und verkaufen das ist eine sogenannte market order eine markt order damit fangen wir an das ist die order wenn ich direkt etwas kaufen möchte oder etwas direkt verkaufen möchte am markt zum aktuellen preis natürlich muss man da auch die liquidität haben also es muss immer jemand auf der gegenüberseite stehen wenn ich mit einer markt order reinkaufe dann steht mir gegenüber eine limit order die ich euch auch gleich erklären werde wie man diese limit order anwendet das heißt wir sehen hier einmal recht link auf der linken seite das order buch wie viel volumen da zirka verfügbar ist und wenn ich jetzt hier kaufe ja dann kaufe ich in diese preise rein bekomme ich hier etwas verkauft durch diese limit orders die im order buch drin stehen das ist die market order ist für normale trader also die für private trader ja die jetzt hier per market order handeln mit ja gegebenenfalls geringen volumen bei liquiden märkten kommt es zu keiner slippage bzw ihr bekommt immer eine gute ausführung zum nächstgelegenen preis allerdings wenn ich bei einer markt order 44 volumen rein drücke ich möchte mit einer riesen position kaufen direkt per market bedeutet dass es kann seine slippage bekommen und ihr bekommt eine ausführung auf verschiedenen preisen seht ihr hier wenn hier die liquidität zum beispiel aufgebraucht ist auf einmal weil ihr hier mit 500 reingeht dann bekommt ihr eine restausführung auf anderen preisen im chart könnte das so aussehen ich kaufe hier bei diesem preis aktuell mit zig millionen per market bekommen hier eine teilausführung immer wieder bis hier oben hin und das ist eine slippage das heißt meine die letzte part der position wird zu sagen sozusagen hier oben eröffnet wegen der liquidität weil die liquidität eben fehlt und das könnt ihr auch im order buch sehen wie viel liquidität da verfügt ist allerdings nur wichtig für die leute die illiquide märkte handeln oder eben mit riesen positionen traden institutionelle für jetzt den privaten trader spielt das nicht so eine rolle der bekommt bei den liquiditäten märkten hier wie zum beispiel bei gold bei einer markt oder immer eine gute ausführung ausnahme wenn es wirtschafts nachrichten gibt zum beispiel richtig fällt der news und der markt geht zack zack hoch runter links rechts dann müsst ihr darauf passen da kann es auch dann zu verschiebungen bei der ausführung der market order kommen also was heißt eine market oder eine market order heißt einfach nur ich kaufe zum nächstgelegenen verfügbaren preis mit einer market order gegenüber steht eine limit order im order buch also die liquidität und die wird dann ausgeführt und es gibt zu sagen dieses handelsgeschäft das ist die market order simple die meisten trainer handeln mit der market order ja das war es zu der erklärung geöffnet wir ja mal die order markt maske hier sieht man das ganz gut ich kann hier auf bei sell mit der market order drücken dann gibt es sozusagen die gegenseite die limit order hier wenn ich auf schwebende ausführung klicke bei euch kann das vielleicht ein bisschen anders heißen schwebende ausführung ich kann hier sagen ich möchte zu einem bestimmten preis erst kaufen oder verkaufen wir sehen hier wir sind hier gerade bei 18.006 ich kann sagen ich möchte erst verkaufen wenn der preis an die 18.020 kommt dann gebe ich hier 18.020 ein das kann ich jetzt hier mache ich kann ein sell limit eingeben ich gebe das jetzt immer spaßweise ein ist auch ein demo kommt zum testen ich gehe auf sell limit so trade eröffnet sell limit das heißt wenn der markt hier hoch kommt dann kriege ich eine ausführung wenn der preis getradet wird und ich verkaufe dort automatisch das ist ein sell limit verkauf das gleiche geht natürlich auch für ein buy limit ich kann jetzt sagen ich möchte hier bei der 17.93 kaufen zeige ich euch klicke auf plus schwebende ausführung gibt hier den preis ein 17.93 gehe hier mit einem buy limit rein so eröffnet zack das heißt wenn der preis hier runter kommt ja muss jemand per market diese order auslösen mein limit order und ich bin drin also es muss ein handelsgeschäft stattfinden wir haben die market orders wo ich direkt kaufe und die limit orders wo ich eben sagen kann okay der markt muss erstmal hier hinkommen ja und dann kann ich dort verkaufen und hier unten kann ich dann kaufen das sind limit orders und man stellt sich dann sozusagen ins orderbuch rein ihr habt es gesehen lösche die zeichnung mal kurz ja jetzt aber umgekehrt wie ist das ich werde die orders kurz nochmal hier raus löschen die schwebenden aufträge wie ist das wenn ich aber sage ich möchte hier verkaufen der markt fällt 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 und werden diese sache hier getriggert wird dieser preis getriggert wird möchte ich verkaufen ich möchte dort nicht kaufen wenn ich hier kaufen möchte muss ich die bei limit order nutzen wenn ich aber verkaufen möchte muss ich den order typ sell stop nutzen da gehen wir wieder auf die schwebende ausführung weil wir sagen wollen aber bei einem bestimmten preis der noch nicht erreicht ist was hier machen hier sehen wir ich gebe hier ein wieder 17 93 allerdings per sell stop ja klick hier drauf das heißt wenn der markt hier runter kommt triggert diesen preis mein sell stop ja zack wird ausgelöst und ich habe hier eine verkaufsorder drinne ja und eine sell stop order wird umgewandelt sozusagen in einem market order im order buch das change dann zur market order und man bekommt hier dann direkt eine ausführung deswegen kann es auch bei sell stops wie ich hier gerade reingemacht habe zu slippage kommen dann habe ich sage ich kann ich möchte kaufen ja der preis haut hier drüber am hoch möchte ich kaufen zum beispiel break out train dann mache ich einen bei stop auch schwebende ausführung das wird wahrscheinlich die 18 22 sein ungefähr ich mache hier ein bei stop rein zack alles klar order ist drinne hier oben wenn der markt hoch kommt dann kaufe ich automatisch und getriggert das ist ein bei stop wird dann auch umgewandelt einer market order also haben wir jetzt schon mal drei wichtige order typen wir haben eine market order wo ich direkt kaufen kann verkaufen kann wir haben die limit orders wo ich sage ich möchte bei einem bestimmten preis verkaufen und kaufen garantierter preis ist das bei einer limit order das ist immer eine garantierte preisausführung wenn der markt dorthin tradet und wenn es natürlich auch jemand auf der gegenseite gibt dann ist es immer garantiert dieser preis beim sell stop ja ist ähnlich wie ein limit order und bei stop ich kann sagen ich möchte bei einem bestimmten preis kaufen und verkaufen nur eben in die andere richtung und das wird umgewandelt in die market order ich denke ich habe das ganz gut erklärt ihr habt das hier verstanden wie das prinzip läuft das ist wichtig so wie sichern wir jetzt positionen ab wie nutzen wir order typen für einen stop loss für ein stop loss nutzen wir auch sell stops und buy stops sagen wir ich möchte hier jetzt kaufen ich kaufe jetzt hier mein risiko ist hier bei der 17 93 das heißt wenn der markt hier runter tradet möchte ich hier raus gehen x position beenden im verlust okay dann nutze ich einen stop loss auch genannt sl nennt man das in der tradersprache ist allerdings ein sell stop wenn man genau reinschaut ist es ein sell stop das heißt ich gehe wieder in die order maske gehe hier jetzt auf sofortige ausführung geklickt hat hier stop loss am 1 stop loss ist bei der 17 93 jetzt sehen wir hier schon okay ich möchte kaufen ja wie viel pips wie viel euro das im verlust werden zu diesem preis wird einem hier angezeigt und ich klicke jetzt mal auf bei so order eröffnet ja wir sehen das orienten order ist eröffnet und wir haben jetzt hier den stop loss hier unten sl markiert und das ist ein sell stop er begrenzt sozusagen das risiko das heißt wenn der markt hier unter tradet ist meine position geschlossen bei diesem preis im verlust einer der wichtigsten order typen für den trader der stop loss auf jeden fall immer benutzen bei jeder position ein stop loss nie ohne stop loss traden ja wer ohne stop loss tradet ja hat ein höheres risiko einfach ja probleme zu bekommen deswegen nutzt ein stop loss um automatisch dass die verluste zu begrenzen jetzt kann ich aber sagen ich möchte mein trade automatisch im im gewinn schließen das wäre dann der take profit ich kann sagen wenn der markt hier hoch läuft ich möchte hier raus gehen bei der 18 21 zirka das wäre ein take profit ich dann gebe ich das hier ein gehe auf buy take profit 18 21 so würde das hier rein und ich kann aber die alte order auch noch modifizieren hier unten tp 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 und ich kann hier 18 21 rein machen anwendung so take profit das heißt der markt geht hier hoch macht einen bei stop und schließt meine eine einen sell stop meine ich das war falsch entschuldigung ein sell limit ist das sozusagen das take profit ist ein sell limit weil ich ja natürlich gekauft habe ja sell limit und da kriege ich dann auch direkt hier garantierte preisausführung wenn der markt das tradet also wir haben hier bei der position bei der kaufposition stop loss ist der sell stop take profit ist das sell limit umgekehrt bei einer short position wir schließen die position jetzt alles geclosed bei einer short position ich kann euch das noch mal zeigen hier ich möchte jetzt hier verkaufen ich mache ein stop loss rein ich mache ein take profit rein stop loss ist bei der 18 20 take profit ist bei der bei der 1800 sell hier sehen wir schon klar fehlermeldung weil das geht nicht weil hier auf bei steht ich klicke auf sell klicke auf sell so hier unten haben wir meinen take profit hier oben haben wir den den buy stop der mich rausholt der mein risiko begrenzt so funktioniert das jetzt gibt es noch eine andere sache und das ist der trailing stop der trailing stop ist eine order eine bekannte order zu ersetzlich zum stop loss ja kann ich ein trading stop aus wählen zum beispiel von 10 10 punkten das heißt einfach nur dass dass der stop loss meine risiko begrenzung automatisch nachgezogen wird und es hat immer ein fix es gibt immer einen fixen abstand ja das heißt wenn ich gewinn mache von 20 punkten und mein trailing stop auf 10 steht dann wird das immer nachgezogen ja dann wird der stop loss sozusagen nachgezogen wie man das eben hier einsteht beim trailing stop loss und sichert somit schon automatisch gewinne ist es einfach nur die stop loss oder sozusagen die sales stop oder jetzt in diesem beispiel die nachgezogen wird automatisch und hier kann man den 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 stop loss sozusagen den trailing stop nachziehen mit dieser mit diesem order typ ja das waren jetzt die bekanntesten order typen ich fasse noch mal zusammen wir haben market orders wir haben limit orders wir haben buy stop wir haben sales stop wir haben den trading stop das sind so die bekannten orders die ich nutze für das trading und ich denke ihr habt jetzt einen guten überblick bekommen wie diese orders funktionieren danke euch fürs zuschauen und vergesst nicht den kanal zu abonnieren wenn ihr auch interessiert seid an mehr besucht trading die einfach schaut da vorbei wir sehen uns im nächsten video ich bin raus ciao